B5 Aktuell präsentiert. Sonntags um 11. Die Diskussionssendung. Jeden Sonntag nach den 11 Uhr Nachrichten. Einfach besser informiert. B5 Aktuell. B5 Aktuell präsentiert. Das Dossier Politik. Einfach besser informiert. B5 Aktuell. Mit Andrea Herrmann. In diesem Dossier Politik, das Sie heute anstelle der Talksendung Sonntags um 11 hören, nehmen wir uns einen jahrzehntealten Konflikt vor. Den ungelösten Konflikt zwischen dem türkischen Staat und den Kurden. Ein Konflikt, der in den vergangenen drei Wochen wieder aufgeflammt ist. Mit unabsehbaren Folgen für die Stabilität nicht nur in der Türkei, aber vor allem dort. Das zeigen die massiven Kämpfe zwischen türkischen Sicherheitskräften und PKK-Rebellen, die mittlerweile auch Istanbul erreicht haben. Mein Gesprächspartner ist Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Nahost-Experte. Schön, dass Sie für uns Zeit haben, Herr Steinberg. Danke für die Einladung. Der Mann, der die Fäden zieht im aktuellen Konflikt, heißt Recep Tayyip Erdogan. Präsident der Türkei. Und nicht nur wir fragen uns, welche Ziele verfolgt er. Er kennt keine andere politische Auseinandersetzung als die Konfrontation. Das ist das Problem. Deswegen lässt er sich auch nicht beraten, will anderer Leute Ideen nicht hören. Er macht andere klein, jede Art von Opposition. Wer ist der Mann eigentlich? Präsident, Regierungschef, Diktator? Ministerpräsident Davut Olu ist doch nur eine Marionette in seinen Händen. Der hat nichts zu melden. Erdogan regiert alleine. Er glaubt, er kann die Türkei zu einer Weltmacht und zum Führer der muslimischen Welt machen, durch die Wiederbelebung der Rolle des Osmanischen Reiches. Dafür braucht er aus seiner Sicht einfach mehr Macht. Diese Aussage des Publizisten Mustafa Akjol möchte ich gleich als Frage an meinen Gesprächspartner weitergeben an Guido Steinberg. Will Erdogan die Alleinherrschaft mit allen Mitteln oder hat er sie schon? Also in jedem Fall ist der Herr Erdogan kein Demokrat. Das zeigt sich doch immer deutlicher. Seine Vorstellung eines funktionierenden Staates ist eine sehr autoritäre. Und wir haben früher immer befürchtet, dass er eine islamistische Agenda hätte. Er ist ja hervorgegangen aus der islamistischen Bewegung der Türkei. Es zeigt sich aber immer deutlicher, dass das eher schwach ausgeprägt ist, dass er dafür aber zu einem extrem ausgeprägten Autoritarismus neigt. Und das Schlimme ist, dass er damit sogar einigen Erfolg hat. Vor allem seit er das Militär als Kontrollinstanz des Landes vor wenigen Jahren ausgeschaltet hat. Präsident Erdogan geht in Richtung Alleinherrschaft, sagt unser Studiogast Guido Steinberg. Bevor wir auf Erdogan und die Politik der AKP genauer eingehen, wollen wir uns mit den Kurden befassen. Mit ihrer Geschichte, ihren Problemen und ihrem Kampf. Und da müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Der Zusammenbruch des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg ist wohl der Ausgangspunkt für das, was man allgemein den Kurdenkonflikt nennt. Die Grenzen wurden damals neu gezogen, quer durch kurdische Siedlungsgebiete im Nahen Osten. Und diese Gebiete wurden unterschiedlichen Staaten zugeteilt. Vor allem der Türkei, dem Irak, dem Iran und Syrien. Mit dem Ergebnis, dass Familien auseinandergerissen wurden. Dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen gekappt wurden. Die Kurden verloren am Ende ihrer Autonomie. In der neu gegründeten Türkei von Kemal Atatürk verloren sie außerdem ihre Freiheitsrechte. Sie wurden bewusst abgekoppelt von der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Teilhabe. Selbst ihre Sprache wurde verboten. Was war die Folge? Zahlreiche Aufstände schon in den 20er Jahren. Verstärkt seit Mitte der 80er Jahre mit dem Krieg zwischen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der türkischen Regierung. Dieser Krieg kostete schätzungsweise 40.000 Menschen das Leben. Über zweieinhalb Millionen Kurden flüchteten oder wurden deportiert. 2013, nach dem Beginn der Waffenruhe zwischen der PKK und der türkischen Regierung, zogen sich viele Rebellen in den Nordirak zurück. Dort, in der autonomen Region Kurdistan, liegt das Hauptquartier der PKK. Und dort schlagen seit zwei Wochen wieder die Bomben der türkischen Luftwaffe ein. Björn Blaschke über kurdische Kämpfer im Nordirak. Tausende Menschen gingen auf die Straße. Als die türkische Luftwaffe unlängst begonnen hatte, Angriffe gegen PKK-Stellungen zu fliegen. Proteste gegen die Angriffe auch in Suleymaniyah, der zweitgrößten Stadt von Irakisch Kurdistan. Der Region, in der sich die meisten attackierten PKK-Stellungen befinden. Ich frage mich, wie die Türkei dazu kommt, unsere Volksverteidigungskräfte zu bombardieren. Das bedeutet doch, dass die türkische Regierung die Terrororganisation, die sich selbst islamischer Staat, kurz IS nennt, schützt. Und dass die Türkei die bekämpft, die IS bekämpfen. Die Kurden in Suleymaniyah protestierten aber nicht nur für die PKK und gegen die Türkei. Nein, sie wandten sich auch gegen Masoud Basani. Der ist der Präsident der autonomen Region Irakisch Kurdistan und hatte die PKK aufgefordert, das Staatsgebiet des Irak zu verlassen. Um zu verhindern, dass die Zivilbevölkerung bei türkischen Bombardements getroffen wird. Für die Kurden, die in Suleymaniyah auf die Straße gingen, ein unfreundlicher Akt Basanis. Mangelnde Solidarität. Feindschaft. Auf jeden Fall hatte Basani eine Forderung an die PKK gerichtet, die typisch ist für das Verhältnis der beiden. Basani einerseits und PKK andererseits. Typisch seit Jahrzehnten. 1984 hatte der Bürgerkrieg zwischen der türkischen Führung und der PKK begonnen. Im Zuge dessen kamen mehrere tausend Kurden aus Südost und Ost-Anatolien in den Nordirak, Irakisch Kurdistan. Die einen Zivilisten als Flüchtlinge, die anderen PKK-Militionäre, um neue Stellungen aufzubauen. Niedergelassen haben sie sich unter anderem im Kandil, einem unzugänglichen Gebirgszug in Irakisch Kurdistan. Ja, sie sind Kurden aus der Türkei, sagen die Leute um den Präsidenten von Irakisch Kurdistan. Ja, aber Kurden, die uns Land weggenommen haben und die unser Land als Rückzugsort nutzen, bei Angriffen auf die Türkei. Weshalb die Türkei die PKK bis nach Irakisch Kurdistan zu uns verfolgt. Die irakischen Kurden und Präsident Basani sind eher feudalistisch, stammesorientiert. Die PKK heute, auch nach einigen Wandlungen, immer noch eher sozialistisch ausgerichtet mit ökologischem und feministischem Ansatz. Doch der Konflikt geht noch tiefer. Die irakischen Kurden und Präsident Basani werfen der PKK vor, mit Diktator Saddam Hussein einst paktiert zu haben, bevor der 2003 durch eine von den USA geführte Allianz gestürzt wurde. Paktiert beispielsweise nach dem Krieg um Kuwait 1991. Damals kämpften die irakischen Kurden und Präsident Basani gegen Saddam Hussein in Bagdad. Und sie waren einem dreifachen Druck ausgesetzt. Da ihr Gebiet Teil des Gesamtirak ist, galt auch für sie das Embargo, das die UN gegen den Irak verhängt hatten. Darüber hinaus boykottierte Saddam Hussein sie, eben weil sich die Kurden gegen ihn erhoben hatten. Und als Handlanger Saddam Husseins, so sagen die irakischen Kurden und Präsident Basani, habe die PKK sie sabotiert, wann und wo immer sie nur konnte. Jahrzehntelang waren die irakischen Kurden mit der PKK bis aufs Blut verfeindet. Manchmal lebten sie im Kalten Krieg nebeneinander. Manchmal kämpften die irakischen Kurden und Präsident Basani sogar an der Seite der türkischen Armee gegen die PKK. Das änderte sich erst, als vergangenes Jahr plötzlich die Terrororganisation IS ihren Vormarsch im Norden Syriens und des Irak startete. Seither kämpften mehrfach irakische Kurden Seite an Seite mit Milizionären der PKK, beziehungsweise mit Gruppen, die aus der PKK hervorgegangen sind, gegen IS. Bekannt wurde dabei vor allem die Schlacht um die syrisch-kurdische Stadt Kobane. Präsident Basani schickte Kämpfer, die den Verteidigern von Kobane beisprangen, mit der Begründung, Kobane sei ein weltweites Symbol für den Widerstand gegen IS. Doch damit ist Basani noch immer keinen freundschaftlichen Bund mit der PKK und deren Ablegern eingegangen, wie sich erst kürzlich wieder zeigte, als Basani sagte, Wenn die Türkei eine friedliche Lösung bietet, die die PKK ablehnt, sind wir dazu bereit, alles Notwendige gegen die PKK zu unternehmen. Denn wie viele seiner Leute sieht auch Basani in der PKK nach wie vor prinzipiell einen Gegner, der illegal in Irakisch-Kurdistan aktiv ist. Und das ändert sich auch nicht, nur weil Basani manchmal mit der PKK taktische Bündnisse eingehen muss. Soweit Björn Blaschke über die Geschichte der PKK und der Kurden im Nordirak. Gidu Steinberg, der Nahostexperte, ist mein Gesprächspartner. Herr Steinberg, von einem kurdischen Zweckbündnis hat Björn Blaschke gerade gesprochen in seinem Bericht. Und damit die PKK und den irakischen Kurdenpräsident Basani gemeint, spielt diese Zerrissenheit, ja manchmal auch Feindschaft zwischen den kurdischen Gruppen im Irak, nicht der türkischen Regierung geradezu in die Hände? Ja, das ist richtig so. Nur kann man einfach nicht erwarten, dass bei einem so großen Volk, die über vier Staaten verstreut sind, also die Türkei, Irak, Syrien und Iran, politische Einigkeit herrscht. Und der große Konflikt um die Führung unter den Kurden zwischen Masoud Barazani und seiner Familie einerseits und Öcalan und seinen eher linksnationalistisch ausgerichteten Kurden in der Türkei andererseits, der prägt tatsächlich die Geschichte dieser Bewegung und dieser Konflikt, der besteht fort. Darauf hat der Herr Blaschke auch richtigerweise hingewiesen. Der hat aber etwas an Bedeutung verloren, weil nun einfach der Druck durch ISIS so ungeheuer groß sind und alle Kurden sich bewusst sind, dass diese Gruppierung eine wirklich existenzielle Bedrohung nicht nur für die Kurden in Syrien und im Irak darstellt. In Syrien ist es ja anders oder scheint es anders zu sein, da ist die PKK tatsächlich ein Bündnis eingegangen mit syrisch-kurdischen Einheiten und steht der syrisch-kurdischen Partei PID nahe? Ja, also die Situation in Syrien ist etwas kompliziert und zwar vor allem deshalb, weil die syrischen Kurden keine eigene starke Vertretung haben. In Syrien hat sich die PYD, also die Partei der Demokratischen Union, durchgesetzt. Die versucht auch in den Kurdengebieten im Norden autoritär bis totalitär zu herrschen und es gibt einen Konflikt unter Beobachtern darüber, wo diese Partei genau hingehört. Nach meiner Auffassung ist diese PYD nichts anderes als der Ableger der PKK in Syrien. Ihr oberster Anführer ist Öcalan. Sie orientieren sich an seiner Ideologie, aber auch die gesamten Logistiknetzwerke, die Finanzierung, selbst wenn man die sich in Deutschland anguckt, das ist die der PKK. Das ist also nichts anderes als ein PKK-Ableger in Syrien und das macht die Situation so schwierig. Also es gibt Zweckbündnisse, aber keine große Geschlossenheit, wenn man die kurdische Volksgruppe angeht. Es gibt aber so etwas wie einen Imagewechsel, der sich vollzogen hat, seitdem sich die Kurden im Kampf gegen den IS engagieren. Man könnte so sagen, weg vom Problem Kurden oder PKK-Terroristen hin zum Verbündeten im Kampf gegen den IS. Wie stark ist die Rolle der Kurden in diesem Kampf, in dieser Koalition? Nun, die Kurden sind in gewisser Weise der einzige wirklich verlässliche Partner, den die Amerikaner und die Europäer haben im Irak und in Syrien. Und im Irak sind sie das schon lange, ganz einfach deshalb, weil diese doch sehr konservativen Kurden um ihren Präsidenten Barasani und auch um den ehemaligen irakischen Präsidenten Talabani tatsächlich überhaupt kein Problem darstellen, die auch früher nicht als terroristische Organisation angesehen wurden. In Syrien ist es problematischer, weil, wie gesagt, dort die PKK in ihrer syrischen Form herrscht. Und die gilt nicht nur den Türken, sondern auch den Europäern und den Amerikanern als terroristische Organisation zu Recht. Die versucht auch andere politische Konkurrenten in den Kurdengebieten in Syrien, teils mit brutaler Gewalt unter ihrer Kontrolle zu bewahren. Und die hat tatsächlich einen Imagewechsel dadurch gemacht, dass für uns nun mal ISIS ein wichtigerer, gefährlicherer Gegner ist, so abscheulich ist, dass wir darüber hinaus dann ab und zu vergessen, dass die PKK eben auch nicht aus weisen Knaben besteht. Nun hat sich auch die Türkei dem Kampf gegen den IS ganz zögerlich angeschlossen, muss man sagen. Aber sie bombardiert nun Stellungen des IS und der PKK im Nordirak. Ist das nicht paradox und hochgefährlich? Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gefährliche, wie ich finde, auch sehr, sehr dumme Politik. Nun ist das Problem, dass die Türkei lange Zeit beim Kampf gegen ISIS-IS überhaupt nicht kooperiert hat. Das tun sie nun. Sie haben den Amerikanern zwei Luftwaffenbasen zur Verfügung gestellt, Incelik nämlich einmal und Diyarbakir. Das wird den Amerikanern den Luftkrieg gegen ISIS enorm erleichtern. Aber sie nutzen diese Situation, um ihr eigenes Interesse durchzusetzen, nämlich die PKK im Irak und damit zumindest indirekt auch in Syrien zu schwächen. Und da nun mal in Syrien die PKK wirklich der einzige Verbündete des Westens ist im Kampf gegen ISIS, gegen andere terroristische Gruppierungen dort, ist diese Politik für uns so dramatisch, aber ich denke auch aus türkischer Sicht ungeheuer dumm. Es war ja so, dass nach dem Waffenstillstand eigentlich die Grundlagen für eine friedliche Lösung des Kurdenkonflikts in der Türkei gelegt waren. Davon wendet sich die Türkei jetzt vollkommen ab, aus, wie ich finde, nicht nachvollziehbaren Gründen. Die Türkei und der Kurdenkonflikt. Welche Ziele verfolgt Erdogan, fragen wir heute im Dossier Politik. Sie hören das Dossier anstelle der B5-Talksendung sonntags um elf, die Sommerpause hat. Vor zwei Jahren war es, da keimte die Hoffnung auf, der Konflikt zwischen der türkischen Armee und der PKK, der ja vor allem ein Konflikt um Autonomie und Freiheitsrechte ist, dieser Konflikt könnte gelöst werden. PKK-Chef Öcalan verkündete aus dem Gefängnis heraus eine Waffenruhe. Ein Friedensprozess kam langsam in Gang. Die kurdischen Rebellen zogen sich aus der Türkei zurück. Die AKP von Ministerpräsident Erdogan verabschiedete weitreichende Reformen. Die Lage der Kurden verbesserte sich etwas, was etwa Versammlungs- und Demonstrationsrecht anging oder den Gebrauch der kurdischen Sprache. Doch dann die Kehrtwende vor drei Wochen. Nach dem tödlichen Anschlag der IS auf Kurden im türkischen Zurutsch gab die PKK den Behörden eine Mitschuld. Danach gab es mehrere Angriffe, die die Behörden der PKK zuschrieben. Präsident Erdogan kündigte den Friedensprozess auf. Die türkische Luftwaffe fliegt wieder Angriffe auf PKK-Stellungen. Die PKK verübt Anschläge auf Polizisten und Soldaten. Und viele Menschen haben diese Gewalt schon mit dem Leben bezahlt. Aber damit nicht genug. Die türkische Justiz geht seitdem verstärkt gegen die kurdische Opposition vor, deren Wahlerfolg die AKP die absolute Mehrheit gekostet hat. Ein Mann, vor allem ist es, den Erdogan zum Feind erkoren hat, der Chef der pro-kurdischen und linksliberalen Partei HDP, Selahattin Demirtas. Reinhard Baumgarten über Erdogan und seinen Gegenspieler. Können Politiker unterschiedlicher sein? Recep Tayyip Erdogan erreicht seine Klientel mit arabischen Gebetsformeln. Selahattin Demirtas singt türkische Weisen und spielt dazu die Balama genannte Langhalslaute. Erdogan ist 61, Gründer der islamisch-konservativen AKP. Demirtas ist 42, Co-Vorsitzender der pro-kurdischen HDP. Demirtas hat sich zum roten Tuch für Erdogan entwickelt. Der kurdischstämmige Menschenrechtsanwalt verkörpert so ziemlich alles, was Erdogan ablehnt. Umgekehrt ist es genauso. Die linksliberale Halkland Demokratik Partisi, kurz HDP, hat der AKP und ihrem langjährigen Vorsitzenden Erdogan bei der Parlamentswahl am 7. Juni einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Die AKP erreichte nicht die angepeilte Zweidrittelmehrheit. Schlimmer noch, die AKP verlor wegen des unerwartet hohen Wahlerfolgs der HDP die absolute Mehrheit. Unsere Schuld besteht darin, 13 Prozent bekommen zu haben. Unsere Schuld besteht darin, Forderungen des Volkes in den Wahlurnen gesammelt zu haben. Ansonsten gibt es keine Schuld, die man uns anhängen kann. Wir haben für nachhaltige Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit gekämpft. Der 7. Juni werde ein Wendepunkt sein, hatte Präsident Erdogan vor der Wahl mit Blick auf Demir Tasch und die HDP erklärt. Gewinnen die, die sich an den Terrorismus anlehnen, oder die, die dieses Volk lieben? Das macht die Wahlen so wichtig. 80 Abgeordnete stellt die pro-kurdische HDP im neuen Parlament. Wie lange noch, ist ungewiss. Denn Präsident Erdogan denkt laut über eine strafrechtliche Verfolgung kurdischer Abgeordneter nach. Ich denke, das Parlament sollte deren Immunität aufheben. Wer immer mit der Terrororganisation verbandelt ist, wer immer sich auf eine Terrororganisation stützt, der muss einen Preis dafür bezahlen. Gegen die beiden Co-Vorsitzenden der HDP, Figen Yüksek-Dahr und Selahattin Demir Tasch, laufen bereits staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Demir Tasch wehrt sich. Die AKP-Regierung steckt bis zum Hals in Verbrechen und Dreck, seitdem sie am 7. Juni die Alleinherrschaft einbüßen musste und sucht nach Wegen, das Land erneut alleinig regieren zu können. Neuwahlen scheinen der Weg zu sein, mit dem Präsident Erdogan dieses Ziel erreichen könnte. Dafür, so mutmaßt Demir Tasch, ebne er mit seinen politischen Attacken auf ihn und die HDP sowie die Bombenangriffe auf PKK-Stellungen gerade den Weg. Würde die PKK heute die Waffen strecken, dann würde sich Herr Erdogan dem entgegenstellen und sagen, Halt, bleibt doch, wo ihr seid. Die Bürger der Türkei müssen das erkennen. Der Präsident dieses Landes will nicht, dass die PKK ihre Waffen niederlegt. Er hat das verhindert. Ende 2012 hatte Ankara in geheimen Gesprächen mit der PKK den Friedensprozess mit den Kurden angeschoben. Vor einem Jahr billigte das Parlament dann Verhandlungen mit der als Terrororganisation gebranntmarkten PKK. Vor zwei Wochen erklärte Erdogan das vorläufige Ende dieses Friedensprozesses. Der Friedensprozess wurde missbraucht. Tatsache ist, dass es mit denjenigen, die es in diesem Land auf die nationale Einheit und Brüderlichkeit abgesehen haben, mit einem Friedensprozess nicht mehr weitergehen kann. Der frisch, jung und unverbraucht auftretende Selahattin Demirtas hat politisch am meisten von der Hoffnung auf Frieden im Land profitiert. Sein Politikstil steht im krassen Gegensatz zu dem von Recep Tayyip Erdogan, der ihn als ernsten Konkurrenten und als Gefahr für den eigenen Machtanspruch wahrnimmt. Reinhard Baumgarten über die Politik von Präsident Erdogan und dessen Gegenspieler Selahattin Demirtas. Herr Steinberg, ist das so? Fürchtet Erdogan den jungen Obama der Türkei, wie Demirtas schon manchen genannt wird, als ernsthafte Konkurrenz? Da würde ich mich auf das Urteil von Herrn Baumgarten verlassen. Ich glaube aber nicht, dass das tatsächlich der Auslöser für die gegenwärtige Krise ist. Ich sehe den Auslöser für die gegenwärtige Krise eher in der Außenpolitik. Man konnte nämlich in Syrien beobachten, dass dort das Bündnis zwischen der PYD und den Amerikanern dazu geführt hat, dass die PYD immer mehr Erfolge hat feiern können. Die Amerikaner stellen die Luftwaffe, die PYD die Bodentruppen und das so etwa seit Oktober 2014. Das hat begonnen im Kampf um die Stadt Kobane. Und dieses Bündnis hat mittlerweile dazu geführt, dass die Kurden in Nordsyrien zwei ihrer drei Siedlungsgebiete haben vereinigen können, nämlich das Gebiet um Kamischli und Hasake im Osten und das um Kobane im Zentrum. Und sie haben sich jetzt angeschickt, weiter Richtung Westen an der türkischen Grenze entlang vorzurücken, haben dort einen wichtigen Grenzübergang eingenommen, den haben sie ISIS entrissen. Und damit haben sie gedroht, dort einen einheitlichen kurdischen Siedlungsring, eine gewissermaßen eine Autonomiezone zu schaffen, nach dem Vorbild des Irak. Und ich glaube, dass das der Moment war, in dem die türkische Regierung sich überlegt hat, Nein, jetzt müssen wir reagieren. Und dann kamen natürlich auch die innenpolitischen Gründe, wie von Herrn Baumgarten geschildert, hinzu. Ich denke aber, dass das der Auslöser war für die gegenwärtige Krise. In der Innenpolitik sehe ich nicht so sehr den ganz großen Anlass. Aber muss man nicht sagen, Erdogan provoziert geradezu mit dem Vorgehen gegen die kurdische Opposition eine weitere Spaltung der Gesellschaft? Ja, selbstverständlich ist das so. Und das ist ja das für die Türkei so katastrophale Ergebnis dieser Krise. In gewisser Weise unprovoziert, zumindest in der Innenpolitik unprovoziert, riskiert er die Erfolge einer Versöhnungspolitik, die ihm ja zu Recht in den letzten Jahren immer wieder hoch angerechnet wurde. Dass er wirklich im Gegensatz zu allen früheren türkischen Regierungen, vor allem auch im Gegensatz zum türkischen Militär, versucht hat, da zu einem Ausgleich zu kommen, mit einer so schwierigen Organisation wie der PKK. Das war sicherlich einer der wichtigsten positiven Aspekte der Herrschaft der AK-Partei seit 2002. Die Machtpolitik Erdogans verstärkt die Spaltung der Gesellschaft und destabilisiert nicht nur die Türkei, sagt der Islamwissenschaftler Guido Steinberg. Welche Ziele verfolgt Erdogan, fragen wir heute im Dossier Politik. Die Talksendung sonntags um elf. An dieser Stelle hören Sie wieder nach den Sommerferien. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis gegen äußere Feinde, aber keines zur Verteidigung von Autokratie. Wir haben die PKK als Terrororganisation eingestuft und das Recht der Türkei anerkannt, sich dagegen zu verteidigen. Wir versuchen uns auf die Koalition zu konzentrieren, die gegen IS vorgeht. Wir haben registriert, dass auch die PKK ebenfalls gegen den IS kämmt. Wir haben noch 62 andere Nationen, die uns helfen, gegen die Jungs vorzugehen. Und wir sind dankbar für den Beitrag, den die Türkei leistet. Was die Türkei jetzt macht, ist ein Verzetteln und ist der falsche, ich möchte es fast zu nennen, Kriegsschauplatz. Die Türkei verwendet dies internationale Zusammenstehen um ihre innenpolitischen Probleme, die sind ja in Koalitionsverhandlungen mit kurdischen Parteien, um dies zu übertünchen. Die Türkei muss sich einreihen. Sie hat aber bisher den Kampf gegen die IS nur halbherzig unterstützt, weil sie die IS auch als Instrument gegen Assad angesehen hat. Reaktionen westlicher Politiker auf die jüngste Entwicklung in der Türkei waren das. Da gibt es Appelle, Besorgnis, Erwartungen, die geäußert werden und wurden. Eben haben wir zum Schluss den CDU-Außenexperten Roderich Kiesewetter gehört. Andere belassen es nicht mehr bei Appellen, die haben schon Fakten geschaffen. Die NATO-Mitglieder USA und Türkei haben ein bilaterales Abkommen geschlossen. Der Deal sieht folgendermaßen aus. Die Türken unterstützen die USA im Kampf gegen den IS. Dafür helfen die USA Präsident Erdogan dabei, einen autonomen kurdischen Staat im syrisch-türkischen Grenzgebiet zu verhindern. Auf dem Papier heißt das, die USA sichern künftig eine Pufferzone entlang der türkisch-syrischen Grenze gegen Angreifer. Diese Zone wiederum ist ein Trumpf im Machtspiel von Präsident Erdogan. Sie durchschneidet die Gebiete, die die syrischen Kurden schon unter ihrer Kontrolle gebracht haben und macht damit jegliche Autonomiebestrebungen zunichte. Und was bekommen die USA dafür? Nach langem Hin und Her dürfen sie für ihre Luftangriffe auf den IS in Syrien und im Irak den Luftwaffenstützpunkt Inchelik an der syrischen Grenze nutzen. Inchelik ist, wie Sabrina Fritz berichtet, seit Jahrzehnten für die US-Airforce von strategisch herausragender Bedeutung. Der Besuch auf der türkischen Militärbasis Inchelik war millionenschwer. George Clooney, Julia Roberts und Brad Pitt besuchten die US-Truppen im Süden der Türkei. Es war die Filmcrew von Ocean's Eleven, der damals 2001 gerade in die Kinos kam. Sie waren in die Türkei geflogen, um die dort stationierten US-Soldaten aufzumuntern. Es war nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York und die Soldaten auf der türkischen Militärbasis wurden auf lange Kriegsjahre eingeschworen. Inchelik war eine Art Basislager für das US-Militär, fern von zu Hause. Von der Türkei aus starteten Militärflugzeuge in den Irak und nach Afghanistan, machten Gefangene auf dem Weg nach Guantanamo einen Zwischenstopp und hier lagern immer noch 90 amerikanische Atomwaffen. Doch 2003 sperrte das türkische Parlament die Flugbahn für die amerikanischen Militärmaschinen. Ein Tiefpunkt in den türkisch-amerikanischen Beziehungen. Vergangene Woche durfte die erste bewaffnete amerikanische Drohne wieder von Inchelik starten. Bemannte Militärflüge werden folgen. Präsident Obama und der türkische Präsident Erdogan haben dies nach einem Telefongespräch bekannt gegeben. Für die Amerikaner ist das ein Game-Changer, ein Wendepunkt im Kampf gegen den islamischen Staat, wie Mitglieder der Obama-Regierung sagten. Denn bislang musste die US-Luftwaffe von ihrem Flugzeugträger im Golf oder dem Jemen starten, 2000 Kilometer entfernt. Die türkische Militärbasis liegt dagegen quasi vor der Haustür der syrischen Städte Aleppo und Raqqa, Gebiete, die bereits zum sogenannten islamischen Staat gehören. Der Kampf gegen die Terrorgruppe ist damit aber sehr nahe an den NATO-Partner Türkei herangerückt. Doch die USA brauchen diese Kehrtwende dringend. Ein Jahr nachdem Präsident Obama die ersten Luftangriffe gegen IS-Stellungen im Irak verkündet hat, sind die Amerikaner und ihre Mitkämpfer weit von einem Sieg gegen den islamischen Staat entfernt. John Keane, ein inzwischen pensionierter Versterne-General, befürchtet sogar, dass die Amerikaner den Krieg verlieren könnten. Wir machen nicht nur Fehler, wir werden diesen Krieg verlieren. Die Strategie wird IS nicht besiegen. Dass nun auch die Türkei mit in den Krieg gegen die radikalen Islamisten zieht, ist für die USA eine höchst willkommene Verstärkung. Doch diese hat ihren Preis. Die Feindschaft zwischen den Kurden und der Türkei bringen die USA in eine Zwickmühle. Denn die Kurden sind der verlässlichste Partner der USA im Hexenkessel Irak-Syrien. Ihre Peschmerga-Kämpfer sind die einzigen, die den IS überhaupt zurückdrängen konnten. Dass nun die Türkei die Gelegenheit nutzt, um nicht nur den IS anzugreifen, sondern auch PKK-Stellungen, kommentiert der Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums wie folgt. Wir haben die PKK als Terrororganisation eingestuft und das Recht der Türkei anerkannt, sich dagegen zu verteidigen. Wir versuchen uns auf die Koalition zu konzentrieren, die gegen IS vorgeht. Wir haben registriert, dass auch die PKK ebenfalls gegen den IS kämpft. Wir haben noch 62 andere Nationen, die uns helfen, gegen die Jungs vorzugehen. Und wir sind dankbar für den Beitrag, den die Türkei leistet. Lassen die USA also jetzt die Kurden, ihre alten Verbündeten, für den neuen Koalitionspartner Türkei fallen? Nein, sagt Francis Richard Deney, ehemaliger Botschafter der USA in Ankara. Ich sehe keinen Trend, dass die USA nachlassen, die kurdischen Kämpfer im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Warum sollten sie das tun? Die Türkei hat im Gegenzug für ihre Mithilfe im Kampf gegen den IS auch noch eine Sicherheitszone für sich herausgeschlagen. Auf einer Fläche, die 90 Kilometer lang und 50 Kilometer tief in das Land hineinragt, an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien. Dort sollen die Koalitionstruppen für eine Ruhezone sorgen. Das heißt, keine IS-Kämpfer, aber auch keine kurdischen Kämpfer kommen nahe an die türkische Grenze heran. Flüchtlinge sollen dort in Sicherheit vor den Militärs des Assad-Regimes leben. Die USA hatten dies bislang immer abgelehnt, aus Angst in den syrischen Bürgerkrieg hineingezogen zu werden. Auf der anderen Seite hat die Türkei aber auch versprochen, ihre Grenzen besser zu kontrollieren und keine ausländischen Kämpfer mehr nach Syrien reisen zu lassen. Die Strecke zwischen der Türkei und Syrien hat inzwischen schon den Spitznamen Dschihad-Highway. Der ehemalige amerikanische Botschafter in der Türkei glaubt jedenfalls schon, dass die Türkei den Kampf gegen den IS beeinflussen kann. Allein, dass ein weiterer starker muslimischer Staat sich gegen den IS wendet, ist ein herber Rückschlag für die Terrorgruppe. Sabrina Fritz berichtete aus Washington. Sie hören das Dossier Politik, das sich heute mit dem Kurdenkonflikt in der Türkei befasst. Mein Gast ist ja einer Ostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben es gerade gehört, Herr Steinberg. Die Türkei schließt sich dem Kampf gegen den IS an nach langem Zögern. Ist das tatsächlich ein positiver Wendepunkt, dass sich dieses große muslimische Land an der Antiterrorkoalition beteiligt? Wenn es tatsächlich so ist, dass die Türkei da eine Kehrtwende vollzieht, dann ist das ganz wichtig. Aber das bezweifeln Sie? Naja, ich habe den Beleg noch nicht gesehen. Also zunächst einmal ist es ungeheuer wichtig, dass die Türkei den Flughafen von Incelik für Kampfflugzeuge und auch bewaffnete Drohnen öffnet. Und ja auch einen anderen Flughafen, nämlich den von Diyarbakir, der noch einmal etwas näher am ISIS-Gebiet liegt. Das wird den Amerikanern die Luftschläge gegen ISIS enorm erleichtern und wird die sehr viel intensiver gestalten. Ob die Türkei darüber hinaus ihre bisherige Duldung von ISIS oder passive Unterstützung der Organisation aufgibt, da bin ich bisher noch skeptisch. Es war tatsächlich so, dass die Türkei das Aufmarschgebiet aller ausländischen Dschihadisten war und ist. Man kommt nur über die Türkei zu ISIS. Auch die gesamte Versorgung der Organisation lief über die Türkei. Der Ölschmuggel lief über die Türkei. Und die türkische Regierung wird daran zu messen sein, ob sie diese Politik tatsächlich revidiert. Das wäre gegenüber den letzten Jahren tatsächlich eine sehr, sehr große Kehrtwende. Und da bin ich tatsächlich etwas skeptisch, ob Ankara begriffen hat, was für eine große Bedrohung auch für den türkischen Staat, der heranwächst. Man darf ja nicht vergessen, dass bei ISIS auch mehrere hundert Türken und Kurden aus der Türkei kämpfen. Das ist also eine ganz massive Bedrohung der inneren Sicherheit der Türkei. Eigentlich ist es längst überfällig, dass die Türkei diese Organisation intensiver bekämpft. Wir können da eigentlich nur hoffen und jetzt einmal beobachten, wie die Türkei weiter vorgeht. Blicken wir auf die USA. Manövrieren sich die USA nicht in eine Zwickmühle, wenn sie Bündnisse mit der Türkei und den Kurden eingehen, die verfeindet sind und sich gegenseitig bekämpfen? Könnte die Koalition gegen den IS schlimmstenfalls auseinanderfallen? Ja, ich würde mir wünschen, dass die Amerikaner mehr Druck auf die Türkei ausüben, den Friedensprozess mit den Türken weiter fortzuführen, um zu verhindern, dass sie in einem solchen Dilemma landen, wie Sie, Frau Herrmann, das jetzt gerade beschreiben. Aber wir müssen, glaube ich, den Konflikt auch einmal aus amerikanischer Perspektive sehen. Die USA sind sehr, sehr weit weg und Sie sehen in der Präsenz von ISIS eine direkte Bedrohung für die USA, für Europa und für amerikanische Interessen in der Region. Ich denke, dass Sie das zu Recht tun. Und bei der PKK sind Sie davon überzeugt, dass die PKK keine Bedrohung außerhalb der Türkei und der näheren Umgebung darstellt und dass das eher ein türkisches und vielleicht auch ein europäisches Problem ist. Also konzentrieren Sie sich auf das, was für Sie große Priorität hat, nämlich der Kampf gegen ISIS. Und da sollten wir auch ein bisschen dankbar sein, weil die Amerikaner da viele Aufgaben übernehmen, die wir ansonsten als Europäer übernehmen, aber nicht willens oder nicht bereit sind, das zu tun. Das Kurdenproblem bleibt aber trotzdem. Muss das gelöst werden, um Stabilität in der Region überhaupt erreichen zu können, Herr Steinberg? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja schon gesagt, dass ich die türkische Politik da für einen großen Fehler halte. Und die Türkei, die USA, die Europäer sollten eigentlich ein sehr großes Interesse daran haben, dass dieser alte Konflikt zwischen der PKK und dem türkischen Staat gelöst wird. Das würde dann auch uns ermöglichen, ganz ohne Probleme die syrischen Kurden zu unterstützen, die ja, selbst wenn sie ein problematischer Akteur sind, zumindest die eigene Bevölkerung vor ISIS und vor dem Assad-Regime schützen. Das würde die gesamte Politik im Syrien-Konflikt sehr, sehr viel leichter machen. Leider haben wir da wenig Einflussmöglichkeiten auf die Türkei und leider scheint es so zu sein, als hätte die türkische Regierung entschieden, dass die PKK jetzt zunächst einmal zu bekämpfen ist. Aber eigentlich ist es unser Interesse, dass dieser Konflikt gelöst wird. Und es schien ja auch schon so nahe zu liegen, aber vielleicht haben wir da auch nicht genug zu beigetragen, dass die Türkei auf dieser Linie bleibt. Sie haben eben gesagt, der Deal zwischen der Türkei und den USA ist insofern ein guter, als dass die USA den IS effektiver bekämpfen können. Ist dieser Deal nicht aber auch gefährlich für die gesamte Region im Nahen Osten? Für die USA ist er ja schon gefährlich, wie der Angriff auf das US-Konsulat in Istanbul gezeigt hat. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass diese Übereinkunft der Amerikaner und Türken dazu führen wird, dass ISIS sehr viel aggressiver vorgehen wird gegen türkische Ziele. Da sehe ich aber überhaupt kein Problem. Es war ohnehin klar, dass die Organisation sich irgendwann gegen die Türkei wendet. Wer geglaubt hat, dass wenn man ihre Logistiknetzwerke in der Türkei duldet, wenn man ihren Schmuggel über die türkisch-syrische Grenze duldet, dass diese Organisation dann die Türkei nicht angreifen wird, der war naiv. Sagt unser Studiogast Guido Steinberg. Der aktuelle Konflikt in der Türkei beschäftigt uns heute im Dossier Politik. Und natürlich hat auch die EU reagiert auf die Eskalation. Sie forderte die türkische Regierung und die PKK mehrfach auf, den Dialog und den Friedensprozess wieder aufzunehmen. Denn eins kann die EU gar nicht gebrauchen. Nach dem Ukraine-Konflikt und dem Bürgerkrieg in Syrien einen weiteren Unruheherd vor der europäischen Haustür. Einen Zweifrontenkrieg des türkischen Präsidenten Erdogan gegen die kurdische PKK und die Terrormiliz IS. Doch um eine passende Antwort haben die Brüsseler Institutionen offenbar gerungen. Denn man ließ sich Zeit, um auf den Anschlag von Suruc und die folgenden Angriffe der türkischen Luftwaffe zu reagieren. Und entsprechend vorsichtig fielen die offiziellen Verlautbarungen aus. Aus Brüssel, Holger Rohmann. EU-Chefdiplomatin Mogherini ließ durch eine Sprecherin wissen, sie habe ihrem türkischen Kollegen Cavusoglu eine doppelte Botschaft übermittelt. Zunächst hat die Außenbeauftragte ihr Beileid für die Opfer ausgesprochen und der Türkei im Kampf gegen den Terror Unterstützung zugesagt. Andererseits hat sie betont, dass der Friedensprozess mit dem kurdischen Volk lebendig und auf Kurs bleiben müsse. Dass Präsident Erdogan diesen Friedensprozess samt zweijährigem Waffenstillstand inzwischen aufgekündigt hat und praktisch täglich Stellungen von IS und PKK bombardieren lässt, hat nicht nur die NATO überrascht, es stellt auch die EU vor ein Dilemma. Betrachtet man doch Kurden wie Türken als Verbündete gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, die bereits große Gebiete im benachbarten Syrien kontrolliert und auch Europa mit Anschlägen droht. Die Türkei hatte es bisher vermieden, gegen die Islamisten jenseits der Grenze vorzugehen, deren Operationen sogar stillschweigend geduldet. Jetzt geht Ankara militärisch gegen sie vor, was man in Brüssel grundsätzlich begrüßt. Beschossen werden aber auch die Kurdenmilizen im Nordirak, bisher effektivster Gegner des IS. Ein vermeintliches Paradox, dem die EU weitgehend hilflos gegenübersteht. Natürlich verfolgen wir die Lage sehr genau. Es gab eine Reihe von Kontakten, darunter auch mit einem der Parteiführer in der Türkei, Demirtasch. Diese Kontakte werden fortgesetzt. Gegen Selehattin Demirtasch, Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, die bei den Wahlen im Juni einen Überraschungserfolg erzielt und Erdogans Pläne für eine Verfassungsänderung damit durchkreuzt hat, ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. Man wirft ihm vor, gewaltsame Proteste in der Provinz Jabakir angestachelt zu haben. In Brüssel sieht man darin, wie im Bombardement der PKK, den Versuch des türkischen Präsidenten, ein Klima der Angst zu erzeugen, um die Machtverhältnisse womöglich durch Neuwahlen in seinem Sinne zu korrigieren. Für die europäische Türkei- und Kurdenpolitik ein herber Rückschlag. Schließlich ist das muslimische Land formal zumindest immer noch Beitrittskandidat und als solcher gehalten, die Menschenrechte zu achten und Minderheiten zu schützen. Mit entsprechenden Appellen war die EU in den vergangenen Jahren recht erfolgreich. Ausgerechnet der Hardliner Erdogan hatte das Verbot der kurdischen Sprache gelockert, kurdische Medien zugelassen und Milliarden in die Infrastruktur im Südosten der Türkei investiert. Jetzt scheint diese Phase der Entspannung vorbei. In den Augen von Elmar Brok, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, ist der Kurswechsel Teil einer größeren Strategie. Kurban ist eine kurdische Stadt. Im Irak gibt es schon eine Autonomie von Kurden. Und da sind natürlich die Sorgen der türkischen Führung vorhanden, dass dies auch auf die Kurden in der Türkei übergreift. Bei ausgeschalteten Mikrofonen ziehen EU-Politiker durchaus Parallelen zum Fall Putin. Nach dem Vorbild des Kreml-Chefs folge auch Präsident Erdogan längst einer anti-westlichen Agenda. Strebe nach Hegemonie in der Region und nicht mehr nach Mitgliedschaft in der EU. Im NATO-Rat haben die Europäer die Türkei unlängst nochmal ihrer Solidarität versichert. Für die selbsternannte Soft-Power-EU kommt ein militärisches Eingreifen im Krisendreieck Türkei, Syrien, Irak weiterhin nicht in Frage. Stattdessen setzt man wie im Ukraine-Russland-Konflikt auf Diplomatie und beschränkt sich ansonsten auf sanften politischen Druck. Wir müssen mit Präsident Erdogan deutlich sprechen, dass seine zwiespältige Haltung, die gegen Kurden gerichtet ist, beendet wird. Denn es ist so, dass in den Teilen der Türkei offensichtlich in den Dörfern und Städten ISIS-Kämpfer schon eingesickert sind. Und dass dieses jetzt offensichtlich auch dazu führt, dass sie dort aktiv werden mit zunehmender Bedrohung auch für uns. Dass es von zentralem innen- und sicherheitspolitischen Interesse ist, den Krisenherr zu entschärfen, hat man in Brüssel erkannt. Die Mittel, einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern, sind allerdings begrenzt. Bei einem EU-Besuch forderte HDP-Chef Demirtas die Union auf, sich engagierter für Verhandlungen zwischen PKK und türkischer Regierung einzusetzen und auf eine Waffenruhe zu dringen. Chefdiplomatin Mogherini belies es dabei, den Mut, die Entschlossenheit und die Weisheit zu loben, die Ankara in den vergangenen Jahren bewiesen habe. Dass sich Präsident Erdogan von solch wagen Beschwörungen beeindrucken lässt, bezweifeln viele. Bis zu einem für Anfang Oktober geplanten Treffen mit EU-Kommissionschef Juncker könnte es schon zu spät sein. Holger Rohmann über die EU und die Türkei im aktuellen Konflikt. Um das Ende des Berichts gleich aufzugreifen, Herr Steinberg, die EU ist besorgt über die Kurdenpolitik Erdogans. Aber welchen Einfluss hat denn die EU überhaupt noch auf den Beitrittskandidaten Türkei und auf Erdogan? Die EU hat auf die Türkei überhaupt keinen Einfluss. Das muss uns allerdings nicht überraschen, da die EU in der Regel als sicherheitspolitischer Akteur gar nicht existiert. Was uns Sorgen machen muss, ist, dass es wichtige Mitgliedsländer gibt, wie beispielsweise Deutschland, die ein großes, auch innenpolitisches Interesse an guten Beziehungen zwischen der PKK und dem türkischen Staat haben, an einem Friedensprozess und an einem erfolgreich gelösten Kurdenproblem in der Türkei. Und dass auch die überhaupt keinen Einfluss haben. Wir kritisieren im Moment sehr, sehr häufig die amerikanische Position, den Ausgleich zwischen den Türken und den Amerikanern, aber wir tragen nichts bei. Wirklich nichts. Warum nicht? Nun, für die EU hat das mittlerweile schon eine gewisse Tradition, aber es zeigt sich doch ganz deutlich, dass wir in der Türkei, aber auch in der Region insgesamt über lange Jahre viel zu wenig gemacht haben, um überhaupt noch Einfluss ausüben zu können. Wir haben nichts anzubieten. Seit Jahren, seit 2012 etwa, protestieren die Europäer immer wieder bei der Türkei. Sie versuchen, einen Kurswechsel in der Syrien-Politik zu erreichen, um zumindest zu verhindern, dass diese tausenden europäischer Kämpfer über die Türkei nach Syrien kommen und dann auch weitgehend ungehindert wieder zurückkommen, ohne jegliches Ergebnis. Und das zeigt dann doch ganz deutlich, dass wir keinen Einfluss haben, dass unsere Türkei-Politik der letzten Jahre vollkommen gescheitert ist und dass unser wichtiges, enorm wichtiges Interesse an einer Lösung des Konfliktes mit den Kurden im Moment also vollkommen in sich zusammenbricht. Die EU also ohne klare politische Strategie oder ohne Strategie überhaupt und für Erdogan spielt offenbar auch ein möglicher EU-Beitritt eigentlich gar keine Rolle mehr. Das alles vor dem Hintergrund des Kurden-Konflikts in der Türkei. Und da komme ich nochmal auf die Frage, wie wichtig, Herr Steinberg, ist es für die Türkei, den Kurden-Konflikt zu lösen? Es ist enorm wichtig, vor allem deshalb, weil die innere Sicherheit in der Türkei bedroht ist. Und das hat die türkische Regierung meines Erachtens immer auf die leichte Schulter genommen. Die Türkei hat meines Erachtens diverseste und stärkste terroristische Szene aller Staaten in Europa und in der Umgebung Europas. Wir haben es dort mit einer starken linksterroristischen Szene zu tun. Es gibt die PKK, die, wie wir im Moment sehen, sehr, sehr effektiv in der Türkei operieren kann. Und jetzt kommt ISIS dazu. Und ich glaube, gerade vor diesem Hintergrund wäre es wichtig gewesen, zumindest einen Akteur aus dieser Szene herauszubrechen, dadurch, dass man eine Lösung mit den Kurden findet. Das ist nicht geschehen. Und deswegen befürchte ich, dass wir es in den nächsten Jahren mit einer regelrechten Terrorwelle in der Türkei zu tun bekommen, bei der wir auch immer häufiger nicht mehr werden sehen können, wer denn überhaupt verantwortlich ist. Und ISIS wird jetzt versuchen, diesen Konflikt zu nutzen, so wie sie das wahrscheinlich schon in Suruj getan haben. Und sie wissen, dass die türkische Regierung so dumm ist, darauf auch noch zu reagieren. Die werden nämlich all diese Gewalttaten immer wieder zum Anlass nehmen, auf die PKK zu verweisen und die PKK noch brutaler zu bekämpfen. Die innere Sicherheit in der Türkei ist bedroht und damit auch die Stabilität in der gesamten Region durch eine falsche Politik der türkischen AKP und Erdogans, sagt Guido Steinberg, unser Studiogast im heutigen Dossier Politik. Vielen Dank, Herr Steinberg. Ich danke. Vielen Dank auch an Nina Landhofer, die die Redaktion der Sendung übernommen hat und an Andreas Lucke in der Technik. Die Türkei und die Kurden, welche Ziele verfolgt Erdogan, haben wir heute im Dossier Politik gefragt. Die Talksendung sonntags um elf hat Sommerpause. Nächste Woche an dieser Stelle diskutieren wir die Flüchtlingssituation hier in Deutschland im Dossier Politik. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Herrmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Herrmann.